Der Stromertrag durch Solarmodule hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören zum Beispiel die Temperatur und die Qualität der Module. In diesem Video gehe ich auf den wahrscheinlich wichtigsten Punkt ein, der Einstrahlleistung und dem Schwachlichtverhalten der Module. Hallo und herzlich willkommen zu Elektronikzeit. Ganz einfach auf den Punkt gebracht, ohne Licht kein Strom. Die Intensität und Einstrahldauer des Sonnenlichts spielen eine wichtige Rolle. Am Ende des Videos wisst ihr ganz genau, was man unter Schwachlichtverhalten bei Solarmodulen versteht. Um den Zusammenhang zu verstehen, gehe ich auch auf das Thema PV-Kennlinie und den MPP-Tracker ein. Bevor ihr eine teure Investition tätigt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich mit den grundlegenden Fakten vertraut zu machen, damit man überhaupt noch den Überblick behält bei dem größer werdenden Angebot und natürlich auch bei den Werbeversprechen der einzelnen Händler. Keine Sorge, ich helfe euch dabei. Lasst uns direkt starten. Ermittlung der Peakleistung Bei Solarmodulen wird die Peakleistung angegeben. Die Nominalleistung eines Solarmoduls wird unter bestimmten Laborbedingungen ermittelt. Die Leistung wird bei einer Einstrahlung von 1000 Watt pro Quadratmeter und 25 Grad Celsius Modultemperatur standardisiert gemessen. Die Leistung bei Schwachlicht wird bei einer Einstrahlung von 200 Watt pro Quadratmeter gemessen. Geworben wird bei den Solarmodulen immer mit der Wattpeakleistung, also der Leistung, die maximal erreicht werden kann. In der Praxis liegt aber oft ein Schwachlicht vor, das heißt, dass dieser Maximalwert selten erreicht wird. Einflussfaktoren und Häufigkeit von Schwachlicht Man spricht von einem Schwachlicht, wenn die Einstrahlleistung geringer ist als bei optimalen Bedingungen. Das kann passieren, wenn es bewölkt ist oder wenn die Sonne niedrig am Horizont steht. Zum Beispiel in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden. In solchen Situationen können Solarmodule möglicherweise nicht genügend Energie produzieren, um den Bedarf an Strom zu decken, beziehungsweise erreichen sie dann auch nicht ihre maximale Leistung. Hierbei ist es auch wichtig zu wissen, dass nicht beim ersten Sonnenstrahl Strom erzeugt werden kann. Der Wechselrichter benötigt eine gewisse Mindestspannung, um aktiv zu werden. Deshalb müsst ihr wirklich darauf achten, dass euer Wechselrichter zu den Modulen kompatibel ist. Ansonsten verschenkt ihr hier auch einiges an Erträgen. Ich kann gerne in einem separaten Video nochmal im Detail darauf eingehen, wenn es euch interessiert. Aber nun zurück zum Schwachlichtverhalten. Ein gutes Schwachlichtverhalten bedeutet, dass ein Solarmodul auch bei wenig Licht noch eine ausreichende Menge an Strom produzieren kann. Das ist wichtig, da die Solarmodule oft unter Bedingungen eingesetzt werden, in denen die Lichteinstrahlungen nicht immer ideal sind. Wie zum Beispiel in nördlichen Regionen oder an bewölkten Tagen. Und wie wir alle wissen, gerade nach diesem langen Winter haben wir in Deutschland einige Tage im Jahr, an welchen wir aufgrund der Jahreszeit wenig Sonnenstunden haben, beziehungsweise der Himmel durch Wolken bedeckt ist. Einstrahlleistung in Deutschland. Genaue Zahlen liefert hier Wikipedia mit einer schönen Übersicht. Unterteilt ist die Tabelle in drei Wetterlagen. Klarer Himmel, leichte bis mittlere Bewölkung und bewölkt neblig. Im Sommer kann in Deutschland bei klarem Himmel mit 600 bis 1000 Watt pro Quadratmeter Einstrahlleistung gerechnet werden. Bei leichter bis mittlerer Bewölkung etwa die Hälfte mit 300 bis 600 Watt pro Quadratmeter. Und wenn es bewölkt ist, 100 bis 300 Watt pro Quadratmeter. Die Zahlen sind sehr ernüchternd und zeigen auf, dass bereits eine mittlere Bewölkung einen starken Einfluss hat. Im Winter müssen wir nicht nur mit weniger Sonnenstunden rechnen, sondern auch mit einer geringeren Einstrahlleistung. Bei klarem Himmel beträgt die Einstrahlleistung hier bereits nur noch 300 bis 500 Watt pro Quadratmeter. Bei leichter Bewölkung 150 bis 300 Watt pro Quadratmeter. Und bei einem bewölktem Himmel 50 bis 150 Watt pro Quadratmeter. Über den Daumen gepeilt erhält man somit über das Jahr gesehen eine Einstrahlleistung von 500 Watt pro Quadratmeter. Okay, jetzt kennen wir ungefähr die Einstrahlleistung in Deutschland über das Jahr gesehen und bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen. Doch wie genau verhält sich das Modul bei Schwachlicht? Lasst uns mal einen Blick in das Datenblatt werfen, denn hier bekommen wir mehr Informationen dazu. Kennlinien im Datenblatt. Um euch das Thema so praxisnah wie möglich zu erklären, nehme ich ein Datenblatt eines beliebigen Herstellers zur Hand. Die Datenblätter sind in der Regel alle ähnlich aufgebaut. Die Kennlinien solltet ihr also auch im Datenblatt eurer Module wiederfinden. Schauen wir bei diesem Datenblatt mal, welchen Einfluss die Einstrahlleistung auf die Modulleistung hat. Der Zusammenhang der Einstrahlleistung ist sehr gut ersichtlich im IV-Schaubild bzw. im PV-Schaubild. Das hier gezeigte Schaubild bezieht sich auf ein 415 Watt Modul. Auf der X-Achse ist die Spannung in Volt und auf der Y-Achse der Strom in Ampere aufgetragen. Jede Farbe, jede Kennlinie repräsentiert eine andere Einstrahlleistung. Beginnend bei 200 Watt pro Quadratmeter, 400 Watt pro Quadratmeter usw. bis zur Peakleistung von 1000 Watt pro Quadratmeter. Betrachten wir mal die Kennlinie mit 1000 Watt pro Quadratmeter. Der Strom ist hier nahezu konstant bei ansteigender Spannung. Das Modul kann theoretisch in jedem Punkt auf der Kennlinie betrieben werden. Man spricht hier von dem sogenannten Arbeitspunkt. An zwei Stellen macht der Arbeitspunkt jedoch wenig Sinn, genau an den Enden der Kennlinie. Zum einen beim Leerlauf und zum anderen bei Kürzschluss. Bei einem Kürzschluss wäre die Spannung bei 0 Volt und der Kürzschlussstrom bei 10,5 Ampere. In diesem Fall wäre die Ausgangsleistung mit P gleich U mal I 0 Volt mal 10,5 Ampere gleich 0 Watt. Ebenso erhält man keine Ausgangsleistung bei Leerlauf. Hier haben wir eine hohe Spannung von 50 Volt, jedoch 0 Ampere Strom. Was auch wieder mit der Formel P gleich U mal I, also 50 Volt mal 0 Ampere, am Ende 0 Watt ergibt. Wie vorher bereits erwähnt, kann das Modul theoretisch jeden Punkt auf der Kennlinie einnehmen. Ideal ist es natürlich, wenn der Arbeitspunkt kurz vor Einbruch des Stroms angepeilt wird. Hier erreicht das Modul die maximale Leistung. Das sieht man auch sehr schön im PV-Schaubild, bei welchem die Leistung über der Spannung aufgetragen ist. Der Arbeitspunkt mit der maximal möglichen Leistung wird als MPP bezeichnet. Das ist die Abkürzung für den englischen Begriff Maximum PowerPoint, also den Punkt der maximalen Leistung. Damit ihr euren Ertrag maximieren könnt, ist es also wichtig, die Module möglichst im MPP zu betreiben. Um den MPP zu ermitteln und die Module auch in diesem Bereich zu betreiben, kommen sogenannte MPP-Tracker zum Einsatz. Diese sind im Wechselrichter verbaut. Es ist also auch wichtig, dass neben guten Modulen auch ein guter Wechselrichter zum Einsatz kommt. Bei einem falsch gewählten Arbeitspunkt würde man nicht die größtmögliche Leistung der Module nutzen. Schwachlichtverhalten der Module Wir wissen jetzt, was es mit den Schaubildern im Datenblatt auf sich hat. Zudem wissen wir, mit welcher Einstrahlleistung in Deutschland zu rechnen ist. Um das Ganze nochmal zu veranschaulichen, blende ich euch gerne nochmal das Schaubild aus dem Datenblatt und die Tabelle vom Anfang ein. Ihr seht hier sehr deutlich, was es bedeutet, wenn nicht die volle Einstrahlleistung gegeben ist. Bei 200 Watt pro Quadratmeter würde man mit einem 415 Watt Modul nur noch ca. 75 Watt erhalten. Wundert euch also nicht, wenn eure Solaranlage im Winter oder an bewölkten Tagen deutlich weniger leistet als an sonnigen Sommertagen. Mit diesen Erkenntnissen wissen wir nun, dass das Schwachlichtverhalten eines Solarmoduls eine große Rolle spielt, da ein Großteil der Zeit keine idealen Einstrahlbedingungen vorliegen. Den Ertrag eines Solarmoduls könnt ihr mit einem PV-Rechner grob abschätzen. Hier werden durch unterschiedliche Faktoren die Einstrahlleistung am Standort berücksichtigt, sodass eine durchaus gute Abschätzung der Erträge möglich ist. Nutzt ihr einfach das kostenlose PVGIS-Tool. Ein Video hierzu habe ich auch schon erstellt. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung. Das Ganze gibt es auch speziell für Balkonkraftwerke, kann ich euch auch unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Einige Hersteller werben aktuell mit verbessertem Schwachlichtverhalten ihrer Module. Ich werde mir das Ganze im Detail anschauen und für euch eventuell auch wieder ein Video mit den Top 15 Solarmodulen mit dem besten Schwachlichtverhalten rausbringen. Ob eine Vergleichbarkeit der Module gegeben ist, muss ich mir im Detail anschauen. Abonniert gerne den Kanal, dann bleibt ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich hoffe, dass ich euch wieder weiterhelfen konnte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.